Hi Paul Kramer hier vom VideoCheck und heute geht es um die Rezension für eine U-Mano-Brille bzw. eine Spionbrille. VideoCheck! Ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Warum braucht man eine Spionbrille, wenn man im Supermarkt geht, Preise vergleichen oder irgendwo ein Vorstellungsgespräch oder sonst was. Oder irgendwas ausspionieren möchte oder was dokumentieren möchte, wo zum Beispiel Leute sehr unfreundlich sind oder sonst irgendwas. Es gibt wirklich tausend Möglichkeiten. Dafür ist auf jeden Fall eine Spionbrille ideal. Schön ist auf jeden Fall schon mal, dass wir hier einen Clipverschluss haben, das heißt eine magnetische Box. Also schon mal sehr hochwertig verpackt und das ist eine coole Sache. Und hier drin sehen wir schon mal einmal unsere Brille und einmal unsere Accessoires. Das werden Ladekabel wahrscheinlich sein und Speicherkarte soll hier mit drin sein. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Bei den meisten Sachen muss man die Speicherkarte extra noch dazu kaufen und das ist hier quasi im Preis schon mit drin. Ist allerdings nur 8 GB, aber für Videos auf jeden Fall in nicht Full HD ausreichend. Mit dabei haben wir Anleitung in Deutsch. Dann einmal unsere Brille, unsere Accessoires und einen Treiber. Den braucht man allerdings nicht. Man kann die Speicherkarte natürlich auch so in den PC reinrocken. Also das ist unsere Spionbrille. Wir können hier an der Seite den Bügel einklappen und hier können wir unsere Speicherkarte reinschieben. Sehr unauffällig. Wir haben auf der Unterseite hier einen kleinen Nupsi, auch sehr unauffällig. Hier können wir mit unserem USB quasi die Kamera laden bzw. die Brille und das ist alles sehr unauffällig. Der Knopf zum Starten der Aufnahme befindet sich hier in diesem Bügel. Laut Anleitung soll hier sich ein Loch befinden und zwar genau hier neben dem USB-Ladelstecker. Falls die Kamera sich mal aufgehangen hat, können wir da mit einer kleinen Nadel reinstechen und somit resettet sich die Brille bzw. die Spion-Camp. Und liebe Damen, machen Sie sich untenrum schon mal frei. Hier ist Dr. Paul. Alter, stellt euch mal vor, ein Arzt oder was? Ein Frauenarzt, der hat so eine Brille auf. Also ihr kennt das Modell ja jetzt. Wenn er so eine Brille auf hat, dann würde ich mich untenrum nicht freimachen. Ist schon der Hammer. Ich gehe jetzt einkaufen und ich würde sagen, ich probiere die Brille aus. Schade, heute ist es ein bisschen reglerisch. Das heißt, bei Sonne hat man natürlich Top-Video-Qualität. Das ist bei GoPros und so weiter auch so. Denn wir haben einen extrem kleinen Sensor, extrem kleines Objektiv hier drin. Und das ist natürlich immer beim Licht problematisch. Wir gucken uns natürlich an, ob das trotzdem was wird, ob wir im Supermarkt und so weiter gut damit filmen können. Auf jeden Fall ist meine IQ gerade um 100 Punkte gestiegen. Kommen wir vorher noch mal kurz zu den technischen Daten. Wir haben ein Viertel Zoll CMOS-Sensor, Videoauflösung, 640x480. Ist jetzt nicht HD, muss man wissen. Aber es geht hier nicht um einen Kinofilm, sondern um die Spionage. Wir haben 30 Bilder pro Sekunde, nimmt das Teil auf. Im AFI-Format, der Aufladung dauert ungefähr eine Stunde. Unterstützung des Systems, also Windows XP und Mac unterstützen das. Und die 8 GB reichen für 10 Stunden Filmmaterial. Seht auf jeden Fall, das Teil sieht ganz vernünftig aus. Es entweckt auf jeden Fall nicht den Anschein, dass es eine Kamera ist. Hier vorne, irgendwo links oder rechts, ich weiß nicht auf welcher Seite, ist auf jeden Fall das Bild, beziehungsweise die Kamera drinne. Und da wollen wir mal schauen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Eigentlich müsste ich ja in den Laufclub oder sowas gehen, aber der Supermarkt ist dichter. Moin, hallo. Das ist halt wahr. Nein, danke. Ciao. Also ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass die Brille einen richtig, ich sehe aber auch sexy aus, ich muss mal nach oben gucken, ich habe da oben einen Monitor. Also ich sehe aber auch richtig sexy aus mit Brille. Satan und Lydia. Fast Professor könnte man sagen. Also, ihr habt auf jeden Fall gesehen, das Teil macht super Bilder. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen schief ist oder ob ich die jetzt schief aufgehabt habe, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, die Tonqualität ist in Ordnung. Das ist wie gesagt, eine Minikamera, da ist da kein super High-End-Mikrofon dran und die Bildqualität ist auch in Ordnung. Also, da kann man nichts sagen. Wofür? FKK-Strand zum Beispiel, da mal eben rüber schlendern oder wenn man irgendwo in der Besprechung ist oder sowas, da lässt man seine Brille einfach mal unauffällig auf den Tisch liegen oder vergisst sie aufs Damenklo. Da gibt es zig Sachen, wo man das Ding liegen lassen kann. Wenn man mal irgendwo rausgehen soll, da irgendwas besprochen werden soll, was man nicht hören soll oder sonst irgendwas. Also Ideal. Finde ich auf jeden Fall hundertprozentig. Deswegen kriegt das Teil von mir fünf Punkte. Wer sich für sowas interessiert, ich packe euch den Link unten in die Titelbeschreibung mit rein und könnt auf jeden Fall sicher sein, das Ding funktioniert. Top ist, die Speicherkarte ist dabei. Top ist auf jeden Fall die Aufnahme und dass da auch Ton mit bei ist. Ich war mir da anfangs nicht ganz sicher. Als Minuspunkt, was haben wir jetzt an Minuspunkten? Ja, es spiegelt natürlich ein bisschen, aber in der Preisklasse ist das ganz normal. Da kann man jetzt kein Optikaglas erwarten. Es ist auf jeden Fall unauffällig, diese Brille, beziehungsweise man erkennt nicht, dass es eine Kamera ist. Nimmt sie auf, hat man hier auch kein LED-Leuchten oder sonst irgendwas. Das heißt, man kann gefahrlos irgendwo hingehen. Ihr habt gesehen, beim Einkaufen, man hat nicht gesehen, dass die Leute irgendwie besonders gucken oder irgendwie verstört waren. Die waren genauso scheiße unfreundlich an der Kasse wie immer. Beziehungsweise man musste jetzt mal fünf Minuten warten, bis da jemand kam. Bei Lidl ist es so, dass nur die Kassen alle besetzt sind, wenn die Leute mit Schlips da sind. Naja, egal. So ist das halt. Wenn da personalmäßig gespart wird, da können die Leute auch nichts für. Das ist nun mal so. Also, von mir fünf Punkte. Link ist in der Titelbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet oder meine Rezension positiv bewertet oder mich sogar auf YouTube abonniert. Ich mache täglich einen neuen Test und mal von coolen Sachen, mal von nicht so coolen Sachen. Das kommt immer noch an, was es gerade gibt. Bis die Tage. Euer Paul vom VideoCheck. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Ciao. 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 Ciao.